Guten Tag. In diesem Video werden wir über ein so effektives Tool zur Analyse des Volumens wie das Volume Fixing sprechen. Die Idee besteht darin, Levels oder Zonen zu identifizieren, in denen sich das Volumen innerhalb eines bestimmten Zeitraums angesammelt hat. In diesem Video werden wir also herausfinden, wie der Indikator berechnet wird und wie man ihn einrichtet. Und am Ende werden wir darüber sprechen, wie man den Indikator im Trading einsetzt. Die Timecodes für das Video finden Sie in der Beschreibung. Öffnen wir die Indikatoreinstellungen Setup – Studies Volume Fixing. Wir haben bereits zwei Limits konfiguriert. Schauen wir uns am Beispiel des ersten Limits an, wie der Indikator berechnet wird. Dieses Limit funktioniert in 30 Minuten Intervallen. In diesem Fall wird das Chart in gleiche Intervalle von 30 Minuten unterteilt. Für jedes dieser Intervalle berechnet der Indikator das Volumen für jedes Preislevel neu. Nehmen wir an, dass in einem bestimmten Zeitraum 5000 oder mehr Kontrakte auf einem der Levels gehandelt wurden, die wir in den Einstellungen angegeben haben. In diesem Fall wird dieser Preis gelb hervorgehoben. Außerdem wird der Höchstpreis hervorgehoben. Hierfür ist die Funktion, nur Maximals Volumen während Wörtlich. Wenn Sie diese Funktion ausschalten, werden Sie sehen, dass andere Levels hervorgehoben wurden. Wir können ein Volumenprofil auf dem Chart zeichnen und prüfen, wie viele Volumen zu einem bestimmten Preisniveau gehandelt wurden. So wurden fast 7000 Kontrakte zum oberen Preis gehandelt und 5600 zum unteren Preis. Und nur der Höchstpreis wird hervorgehoben, wenn die Funktion Max Value Only aktiviert ist. Ebenso wird das Limit mit einem Intervall von einer Stunde berechnet. Für jede Stunde errechnet der Indikator das Volumen jedes Preises. Wenn 10.000 Kontrakte oder mehr auf einem der Preislevels gehandelt wurden, wird dieser Preis rot hervorgehoben. Wie lässt sich der Indikator also anpassen? Wählen Sie zunächst, was gezählt werden soll. Volumen, Delta oder Anzahl der Trades. Wählen Sie dann das Intervall. Die Tickgröße bestimmt, für wie viele Kursniveaus das Volumen gezählt wird. Mit anderen Worten, wenn wir die Tickgröße auf 2 einstellen, wird das Volumen über zwei Kursniveaus hinweg gezählt. Geben Sie das Volumen an. Sie können auch die Limits für die Arbeitszeit und den Linientyp anpassen. Im unteren Teil des Fensters können Sie Alarme einrichten. Als nächstes wollen wir darüber sprechen, wie Sie den Indikator beim Trading einsetzen können. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dieser Indikator nicht das einzige Signal ist, um Entscheidungen auf dem Markt zu treffen. Er sollte nur als Zusatz zur Hauptstrategie betrachtet werden. In der Regel verwenden wir mehrere Limits mit unterschiedlichen Intervallen. Fügen wir zum Beispiel ein Limit mit 10-Minuten-Intervallen und einem Volumenfilter für 3000 Kontrakte hinzu. Wählen Sie die weiße Farbe und klicken Sie auf Neu. Entfernen wir alles Unnötige aus dem Chart. Betrachten wir nun am Beispiel der gestrigen und heutigen Sitzung, wie der Indikator beim Trading eingesetzt werden kann. Wir zeigen Ihnen drei Möglichkeiten, wie Sie die Volumenfixing-Funktion nutzen können. Die erste besteht darin, das wichtigste Level bei Marktschluss zu ermitteln. In der Regel sind die Volumen bei Marktschluss am größten. Und mit Hilfe der Volumenfixing können wir verstehen, welche der Preise ist mehr wichtig. Bei Sitzungsschluss ist einer der wichtigsten Preise 4145,5. 41,45 Punkte 5. Außerdem können wir auf den Preis von 4143,5 hinweisen. Und bereits in der asiatischen Session können wir sehen, wie sich dieser Preis entwickelt hat. Der Markt hat bestätigt, dass dieser Preis im Moment der Schlüsselpreis ist. Dann gehen wir zur Eröffnung der Hauptsitzung über. Wir sehen, dass der Preis die Marke durchbricht und beginnt, sich unter dieser Marke zu konsolidieren. Gleichzeitig befindet sich der Preis jedoch innerhalb der von uns hervorgehobenen Zone. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Volumen meist in der Mitte der Kanäle erscheinen. Das ist ziemlich offensichtlich, denn die maximalen Volumina befinden sich immer ungefähr in der Mitte des Kanals. Wir sollten nur nach Situationen suchen, in denen das Volumen in der Nähe unserer Niveaus oder an den Extremen erscheint und dort eine Entscheidung treffen. Was ist die Logik der Entscheidungsfindung in einer solchen Situation? Wir sehen, dass der Preis fällt und es gibt ein Volumen auf diesem Niveau, das der Markt nicht beachtet. Und dann erscheint das Volumen unter dem Niveau, das wir seit gestern markiert haben, und der Kurs konsolidiert sich unter diesem Volumen. So erhalten wir ein zusätzliches Signal, das das bereits starke Niveau verstärkt. Wir können einen kleinen Stop-Loss über das Volumen setzen. Nach der Konsolidierung machte der Kurs eine schöne Bewegung nach unten. Dies war also die erste Art der Verwendung der Volumenfixierung, die Identifizierung von Schlüsselwerten beim Marktschluss. Die zweite Möglichkeit besteht darin, es als Bestätigung eines bereits bestehenden Niveaus zu verwenden. In diesem Fall zeigt das Volumenfixing, welches der Niveaus im Moment das Schlüsselniveau ist. Wie in unserem Fall hat der Markt beispielsweise gezeigt, welches Niveau wichtiger ist. Und die dritte Möglichkeit, das Volumenfixing zu nutzen, ist das Trading mit dem Trend von den Volumenfixing-Niveaus aus. In der Regel funktioniert der Indikator auch gut als Mirror-Levels im Trading mit dem Trend. Wenn zum Beispiel bei einem bestimmten Kurs Volumen vorhanden ist und der Kurs dieses Level erneut testet, können wir trendfolgende Trades von diesem Level aus in Betracht ziehen. Mit anderen Worten, wir können das Volumen entweder auf einem Markt mit Schwankungsbreite fixieren, indem wir auf Volumen in der Nähe unseres Kursniveaus warten, oder wir können es auch auf einem Trendmarkt als Mirror-Level verwenden. Zum Beispiel erschien das Volumen während des Preisrückgangs. Und dann begann der Preis unter diesem Niveau zu konsolidieren. Dann folgte ein falscher Ausbruch, und der Kurs kehrte unter das Volumen-Level zurück und begann, sich unter dem gelben Volumen zu konsolidieren. In diesem Fall haben wir es mit einer Zone zu tun, die von zwei Volumen-Levels gebildet wird. Dies ist ein noch stärkeres Signal für Short-Tradis. Auf einem Tick-Chart könnten wir zum Beispiel nach einem Einstiegspunkt für einen genaueren Einstieg in die Position suchen. Und wir konnten hier drei bis vier Punkte mitnehmen. Und dann gab es einen erneuten Test dieses Levels, woraufhin der Preis wieder fiel. Als nächstes sehen wir Volumen in der Mitte der lokalen Range. Nach dem erneuten Test prallt der Kurs von diesem Level ab und steigt für einen erneuten Test eines anderen Volumen-Levels an. Anhand dieses Beispiels können Sie verstehen, wie die Volumina funktionieren. Der Kurs steigt von Volumen zu Volumen. Der Preis fällt sogar noch tiefer. Das graue Level ist das Level aus dem 1-Stunden-TIMEF-Rahme. Wir können sehen, dass der Käufer versucht hat, den Preis zu halten, es aber letztendlich nicht geschafft hat. Erneut wurde versucht, ein weiteres Tief zu halten, woraufhin der Preis zurückkehrte, um das vorherige Volumen erneut zu testen. Und das ist es, worüber wir gesprochen haben, die Möglichkeit des Trend-Tradings von Mirror Levels aus. Hier haben wir das Volumen, das Level, das durch das Volumen bestätigt wurde. Und wir konnten auf den Einstiegspunkt auf dem Tick-Chart warten. Dann fiel der Kurs weiter. Hier gab es nichts. Der Preis durchbricht das Niveau des höheren TIMEF-Rahme. Und beachten Sie, wie viel Volumen hier auftaucht. Der Kurs konsolidiert unter dem Volumen und dem Niveau. Es kommt zu Fehlausbrüchen, doch wir erkennen, dass höchstwahrscheinlich ein großer Akteur den Preis unter dem Level hält. Infolgedessen könnten wir zwei bis drei Punkte mitnehmen. Dann folgt ein Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung. Das Volumen erscheint. Wir berücksichtigen auch die Volumenzone von vorhin. Nach einem kleinen Anstieg testet der Kurs diese Zone erneut, konsolidiert für einige Minuten, bietet einen guten Einstiegspunkt und gewinnt zehn Punkte. Wir können also diesen Indikator zu unserer Hauptstrategie hinzufügen und sie verstärken. Schauen wir uns an, was in der heutigen Session passiert ist. Auch heute war der Kurs bei der Markteröffnung rückläufig. Jemand versuchte, lokal tief zu kaufen. Aber der Preis fiel weiter. Wieder ein Versuch, den Kurs zu halten, eine kleine Korrektur. Dann kehrte sich der Markt um. Man beachte, dass sich die meisten Volumen in der Nähe des Preises von 4135, 41, 35, befinden. Nach dem Zusammenbruch kehrte der Kurs zum Rätis zurück und stieg an. Dann kehrte der Kurs wieder zum Rätis zurück und bot eine Trading-Gelegenheit. Danach kam es zu einer Konsolidierung im lokalen Kanal und einer anschließenden Aufwärtsbewegung. Auch hier gilt, was wir besprochen haben. Die dritte Möglichkeit, das Volumen zu fixieren, besteht darin, mit dem Trend zu traden. Der Preis testet erneut und bietet eine Gelegenheit zum Trading. Beachten Sie, wie gut der Einstiegspunkt für Short-Positionen bei 4154 lag. Dies ist das Kursniveau auf dem höheren TMEF-Rahme, einem 5-Minuten-Chart. Dies ist das Niveau der letzten Sitzung, das auch in der europäischen Sitzung gut funktioniert hat. Der Preis testet das Niveau erneut. Das Volumen ist da und der Preis hält sich unter dem Niveau. Kleiner Stop-Loss oberhalb des Levels und gutes Potenzial. Abschließend möchten wir noch einmal drei Möglichkeiten der Volumen-Fixing-Methode aufzählen. Identifizierung eines Key-Levels bei Marktschluss. Bestätigung des Levels, von dem aus wir auf einen Tret warten. Und die dritte Möglichkeit, Verwendung des Volumen-Fixings als Mirror-Levels in der Trendfolgestrategie. Der Indikator kann sowohl im Range-Trading als auch im Trend-Trading verwendet werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support über die Kontakte in der Beschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.